Makrelen sind in der Ostsee oft nur kurze Zeit im Juli, August zu fangen. Sind sie jedoch da, kann man eine Wahnsinnsangelei erleben. Deshalb zog es mich Mitte Juli auf die Ostsee. Das Kajak fix ins Wasser gebracht und los. Gegen Abend konnte ich an der Wasseroberfläche die ersten raubenden Fische beobachten. Waren das etwa die lang ersehnten Makrelen? Tatsächlich waren es Makrelen. Also schnell wieder auswerfen, solange der Schwarm noch vor Ort ist. So konnte ich einige schöne Ostsee-Makrelen fangen, welche ich am nächsten Tag geräuchert und verspeist habe. Das komplette Video findet ihr auf meinem YouTube-Kanal.